Jedes Land kennt seine eigenen Ostertraditionen und auch Spanien hat diverse. So findet im Ort Villa Nueva de la Serena, 300 Kilometer südwestlich von Madrid, ein Osterrennen statt, genannt La Caritita, bei dem die Mutter Maria ihrem auferstandenen Sohn so schnell wie möglich entgegengetragen wird. Und bei Jesus angekommen, regnen Blütenblätter auf Maria. Auch in Tudela gibt es eine ganz besondere Ostertradition, Bajada del Angel. Der Engel, der die Auferstehung Jesu verkündet, wird von einem Kind gespielt, das an einem Seil in der Luft auf Maria zuschwebt und ihr das schwarze Tuch, ein Zeichen der Trauer, vom Kopf zieht, denn ihr Sohn lebt.